Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Arma 3 Altes Live auf dem GA Gaming Server. Wie ihr seht, bin ich von der Feuerwehr mitgenommen bekommen. Bitte sehr. Habt ihr mich verstanden? Äh, ne, warten wir nicht. Ah, okay. Ja, die Feuerwehr hat mich mitgenommen auf den letzten zwei Kilometern. Für alle, die es gesehen haben. Echt, ey. Oh, da sind wir. Das haben sie auch schön gemacht. Ganz schön dunkel hier. Oh, vielen Dank. Helikopterladen. So, dann schauen wir mal. Ich denke mal, wir werden mal den nehmen. Wie viel hat der? Als zwei Millionen. Aber wir nehmen einfach den hier als Flugübung. Reicht der in dunkelblau? Ne, war so. Ja. Kaufen. Wichel? Ähm. fået di처리 편ie. Nein. Alsoồng recib. So, mal schauen, wir mussten irgendwo dann, Luftgarage, da müssen wir hin. So, da 480 Meter. So, hier auf dem Flugfeld müssen wir ein bisschen laufen. So. Gehen wir hier vorne rüber, würde ich sagen. So, da sind wir außerhalb vom Flugfeld, das ist halt schon besser. So, das nächste Loch im Zaun gehört uns. So, da habe ich eine Maske auf. Da habe ich ja Glück, dass die Polizei mich nicht durchsucht hat. Oh, hier ein Loch? Ne. Schauen wir mal, ob wir hier vorne ein Loch finden. Da könnte eins sein. Ja. Sehr schön. 200 Meter. So, laufen wir mal schnell. Bei laufen war das Thema der letzten Sendung, Serie, Folge. Ich bin jetzt echt gespannt, ob das funktioniert hier mit dem Joystick. Wie kein Fahrzeug. Oh, ist das jetzt doch noch da hinten? Gehen wir mal nochmal zurück. Muss wohl doch da hinten sein. Jetzt laufen wir mal komplett. Na klar, aber im Autohaus ist es ja auch nicht direkt in der Garage drin. Mein Fehler. Das ist was Größeres, ne? Wie der hämmert. Oh, jetztоронige. Wie der hämmert. Das ist gut. Das ist schon so. Die war. Was sind doll? Was? Was ist das? Was ist семь. Einนนäs. Einänner. Kannst du mallen. so hier war irgendwo noch da, nehmen wir das so, jetzt müssen wir mal schauen, hier müsste dann irgendwo ein Hubschrauber stehen da habe ich ihn gekauft ich hab den 8 ohne Geld kann ich auch nicht kaufen oh fail ähm ah der war jetzt richtig schlau war der die ersten 6 Minuten so nehmen wir den in dunkelblau wobei rot-schwarz sieht auch geil aus ach nehm dunkelblau kauft oh wie toll ist der denn ach der kostet 550 ok so nehmen wir nochmal 200.000 so jetzt haben wir in dunkelblau kaufen da steht er so Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist cool Das ist cool Das ist cool Das ist cool So, wir sind jetzt in der Luft Steigen wir noch? Nein Machen wir mal eben M Und dann Mal nach Kavala hier Mal nach Kavala hier Mal nach Kavala hier Mal nach Kavala hier Ja, ich bin glücklich, es klappt Wir können jetzt schön Mal nach Kavala hier Mal nach Kavala hier Mal nach Kavala hier Guck mal, wie lang wir gelaufen sind und wie schnell wir fliegen können. So. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020